Herr Baron? Ja? Perfekt. Das Licht? Alles. Danke. Bitte, kommen Sie rein. Nehmen Sie doch Platz. Danke. Darf ich? Aber natürlich. Wissen Sie, bitte unterbrechen Sie mich, wenn ich unrecht habe. Ich glaube, all die Dinge, die Sie sehen und die Sie berühren, wie Sie sie berühren, das war Teil Ihres Lebens. Es ist ein Teil Ihres Lebens, Anna. Es sind schöne Dinge. Ja. Aber das Leben verschenkt keine Garantien, Herr Baron. Garantien vielleicht nicht, aber... Möglichkeiten? Herr Baron? � Meine Frau will sie sein. So ist das. Alle mühsamen werden aus ihrem Leben gestrichen. Aber ich liebe meine Arbeit und ich liebe meine... Oikeo! Oikeo! Wenn du frei bist, soll dir was beichten, hörst du? Dein Tlauch. Dein Tlauch. Dein Tlauch. Oikeo! Das war's. 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 Das war's.